Herzlich willkommen liebe Kolleginnen und Kollegen zu einem weiteren Seminar über das Weinland Burgund. Nachdem wir uns das letzte Mal mit der Cote Nuit beschäftigt haben, wollen wir uns heute der Cote de Beaun widmen, der anderen der beiden wichtigen Regionen im Kernland von Burgund in der Cote d'Or. Die Cote de Beaun erstreckt sich über 27 Kilometer Luftlinie von ihrem nördlichen Ende bis zum südlichen Ende und beginnt hier direkt im Anschluss an die Cote Nuit, zunächst mit den Gemeinden rund um den Cortonberg, Ladois, Allos und Perman, über die Appellationen rund um die Stadt Beaun, schließlich die beiden bekannten weltberühmten Rotwein-Appellationen Pomar und Volnay, die weltberühmten Weißwein-Appellationen Chassagne, Püleny, Meursault. Wir haben hier dieses sehr interessante Seitental mit einigen weniger bekannten Appellationen, aber sehr, sehr interessante Weine, die dort wachsen, bis schließlich am südlichen Ende wieder der Rotwein dominiert in Saint-Denis und in Marange. Eine relativ kleine, überschaubare Region, dennoch sehr, sehr viele unterschiedliche Appellationen und deshalb werden wir dieses Seminar auf drei Teile aufteilen und heute im ersten Teil beschäftigen wir uns hauptsächlich mit den Appellationen am Corton-Hügel und rund um die Hauptstadt Bohnen. So, lassen Sie uns zunächst mal einen detaillierten Blick auf die Fakten rund um die Côte de Bohnen werfen. Hier haben wir die Übersichtskarte über das gesamte Anbaugebiet Burgund mit seinen fünf Regionen. Die Côte de Bohnen um die Stadt Bohnen, nördlich davon die Côte de Nuit zwischen Dijon und Nuit-en-Change. Südlich davon die Côte Chalonnais bei der Stadt Jean-Lens-sur-Saône und ganz unten im Süden das Makonais als Bindeglied zwischen der Côte Chalonnais und dem südlich davon gelegenen Auxolais. Und als fünfte Region gibt es das Grand Osservoir hier oben im Nordwesten mit der bekannten Appellation Chablis. Wir wollen uns aber heute auf die Côte de Bohnen konzentrieren. Hier sehen wir die Côte de Bohnen im Detail. Die Côte de Bohnen verfügt über 5950 Hektar Rebfläche. Das sind circa ein Fünftel der Gesamtrebfläche von Burgund. Wie auf der Karte schon gezeigt, sind es 27 Kilometer von Norden nach Süden in der Ausdehnung. Und bei der Aufteilung zwischen Weißwein und Rotwein sehen wir hier 43 Prozent Weißwein und 57 Prozent Rotwein. Und das steht natürlich jetzt im Gegensatz zur Côte de Bohnen, wo wir diese deutlichen dominanten Übergewicht von Rotweinen vorgefunden haben. Der Grund hierfür liegt wiederum im Boden Burgunds. Hier haben wir die Schichtungen im Boden des Jura-Kalk, wie man ihn in Burgund findet. Zwischen 150 Millionen und 250 Millionen Jahre alt, also in einem Zeitraum von circa 100 Millionen Jahren entstanden. Unterschiedlich alte Schichten, die sich übereinander gelagert haben. Während wir in der Côte de Nuit hauptsächlich hier im mittleren Jura geheimatet waren, ist das Schichtenpaket der Côte de Bohnen deutlich höher gelegen in jüngeren Schichten. Es dehnt sich deutlich weiter aus. Man sieht es hier auf dieser Grafik noch deutlicher. Die Côte de Nuit hat einen relativ begrenzten Abschnitt im mittleren Jura, während die Côte de Bohnen weiterhin aufreicht ins obere Jura, aber auch ins untere Jura hinunter geht. Man hat also eine größere Diversität von Böden in der Côte de Bohnen und deshalb eben sowohl hochwertige Weißweine als auch hochwertige Rotweine, weil es für jeweilige Weintypen hier jeweilige Böden gibt. Schauen wir uns an, welche Appellationen wir in der Côte de Bohnen finden. Zunächst die regionalen Appellationen. Es gibt Bourgogne-Ot-Côte de Bohnen. Das sind die Weinberge hier oben am oberen Hang und auf dem Plateau, die früher mal eher zweitklassig angesehen wurden, weil relativ kühl in dieser Höhenlage. Aber in Zeiten des Klimawandels werden auch diese Weinberge immer interessanter. Dann gibt es die Appellation Bourgogne-Chapelle-Notre-Dame, die sich hier befindet zwischen Ladois und Alos-Cortons. Eine ganz interessante Appellation, eine der Ausnahmen im Appellationssystem von Burgund, denn es ist eigentlich eine regionale Appellation. Deshalb heißt sie Bourgogne im ersten Wort. Tatsächlich handelt es sich aber um eine Einzellagen-Appellation, Chapelle-Notre-Dame, die Weinberge bei dieser Kirche südlich von Ladois. Und diese Ausnahmesituation, dass eine regionale Appellation eigentlich eine Einzellagen-Appellation ist, gibt es nur viermal in Burgund und nur einmal in der Côte de Bohnen, eben hier bei Chapelle-Notre-Dame. Dann haben wir die 19 kommunalen Appellationen der Côte de Bohnen von Norden nach Süden hier aufgelistet, von Ladois bis Marange, die sich in diesem Streifen befinden. Und zusätzlich gibt es noch die Appellation Côte de Bohnen-Village, die vor allem verwendet wird, wenn man einen Blend von den jeweiligen kommunalen Appellationen vornimmt. Die Côte de Bohnen-Village-Appellation ist zulässig für die meisten dieser 19 Appellationen, jedoch nicht für Alox-Cortons, Bohnen, Côte de Bohnen, Pomar und Wollnay. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Grand-Crui-Appellationen. Da haben wir hier oben am Corton-Hang die drei Appellationen Corton, Corton-Charlemagne und Le Charlemagne, wobei die letztere Charlemagne eigentlich nur noch auf dem Papier existiert und tatsächlich nicht mehr verwendet wird. Weiterhin gibt es die fünf Moraché-Grand-Cruis, die wir hier unten im Süden finden, mit dem Bienvenu-Batard-Moraché, Criot-Batard-Moraché, Batard-Moraché, Chevalier-Moraché und Le-Moraché. Wir beginnen unsere Weinreise heute mit einem Rotwein aus der Gemeinde Ladois. Ladois befindet sich hier im Norden der Côte de Bohnen am östlichen Hang des Corton-Hügels. Auf dieser Karte sieht man, dass Ladois das Bindeglied zwischen der Côte de Nuit und der Côte de Bohnen darstellt. Diese gestrichelte Linie hier ist die Grenze zur Côte de Nuit. Es gibt aber durchaus auch Stimmen, die sagen, die eigentliche Grenze, die geologische Grenze verläuft unter diesem Weg. Denn unter diesem Weg tauchen die Bodenschichten der Côte de Nuit unter den Corton-Hügel ab, den wir hier oben erkennen. Was wir auch erkennen ist, dass wir tatsächlich am nördlichen Rand des Osthangs des Cortons sind und dass ein großer Teil dieses Osthangs bereits die Appellation à l'os Corton einnimmt. Tatsächlich haben wir hier die kuriose Situation, dass einige der besten Prämie-Grüßlagen von Ladois wie Maréchaux, Topo Vert, La Coutière, Petite Lollière und Moutot teilweise bereits als Prämie-Grüß unter der Appellation à l'os Corton geführt werden, obwohl sie politisch auf dem Gemeindegebiet von Ladois angesiedelt sind. Der Weinwerk, den wir jetzt gleich verkosten werden, ist Le Madon, der sich hier befindet, nur wenige hundert Meter von der Grenze zur Côte de Nuit entfernt. Ladois hat kiesige, rötliche Böden mit hohem Kalkgehalt im oberen Hang, in den oberen Lagen recht mergelig. Deshalb finden sich hier auch Weißweine. Am mittleren Hang rötlich-brauner Kalkboden mit Kalkstein-Geröll. Und in tieferen Lagen werden diese Böden zunehmend tonig. Hier auf dem Foto sieht man die Lage noch deutlicher. Wir haben hier den imposanten Corton-Berg und hier im Vordergrund die Gemeinde Ladois-Serenie. Dieser Weg, den ich gerade gezeichnet habe, ist hier. Und hier tauchen diese Schichten unter den Berg hinunter ab und kommen dann erst wieder weit unten im Süden der Côte de Bône zum Vorschein. Die Appellation geht in etwa nur bis hier hin. Und alles, was links davon ist, ist bereits Alos-Corton. Ladois hat fast 100 Hektar Rebfläche. Davon ca. 75 Hektar Rotwein und ca. 25 Hektar Weißwein. Es gibt elf Premiergrüß und zwei Grandgrüß, nämlich Corton und Corton-Challemagne. Gut, nun also zum Wein 2017 Ladois-Lemadon von Cacha-Oquidont. Bisschen schwierig auszusprechen, dieses Weingut Cacha-Oquidont. Sollte man sich aber merken, ein ganz interessanter Winzer in Ladois, der wirklich tolle und gar nicht so teure Rot- und Weißweine produziert. Lohnt sich also wirklich mal genau hinzuschauen. Ja, und hier hat man es im Duft, genau das, was ich gerade gesagt habe. Wenn man hier reinriecht, fühlt man sich eigentlich viel eher in der Côte de Nuit als in der Côte de Bône. Man kriegt sofort diese schöne Waldbeerfrucht, eine sehr schöne würzige Waldbeerfrucht in der Nase, die eigentlich ein bisschen untypisch ist für die Côte de Bône und eher an die Côte de Nuit erinnert. Vielleicht auch so ein bisschen wie Kirschkompott, eingekochte Kirschen. Eingelegte Kirschen und so eine leicht rauchig-würzige Note, auch so ein Touch von diesem Soubois, von diesem leicht ländlichen Aroma und ganz dezenter Anflug von so einer animalischen Note. Auch am Gaumen eher eine schlanke Ansprache als diese übliche, etwas voluminösere, etwas saftigere Ansprache, die wir kennen von der Côte de Bône. Eher dieser etwas elegantere, straffere Stil, auch vom Tannin her, wie man ihn in der Côte de Nuit findet. Er hat natürlich jetzt nicht ganz die Tiefe eines Weins aus der Côte de Nuit, aber er zeigt sehr schön diese Aroma-Verwandtschaft mit den Weinen, die nur ein paar hundert Meter weiter nördlich gewachsen sind. Es ist vielleicht am besten zu beschreiben, wenn man sagt, es sei die zugänglichere Version eines Côte de Nuit-Weines. Man hat sehr, sehr schön diese klassische, elegante und durchaus auch komplexe Waldbeerfrucht auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann aber eher die Struktur, diese etwas weichere und rundere Textur, die man eigentlich eher dann mit der Côte de Bône assoziiert und nicht ganz dieses straffe und aufrechte, was wir in der Côte de Nuit finden würden. Ganz interessanter Wein, der sehr schön hier eigentlich beide Welten, den Norden von der Côte de Nuit und den Süden von der Côte de Bône verbindet. Nach dem Finish spürt man eine sehr, sehr schöne, feine Verwogenheit von diesem mineralischen, leicht erdigen Bodenton mit dieser schönen, würzigen Waldbeerfrucht. Durchaus interessante Entdeckung, die viele in Burgund nicht so auf dem Schirm haben. Gut, dann gehen wir ein paar hundert Meter weiter zur Appellation Alos Corton, die wir ja gerade schon angesprochen haben, die deutlich berühmtere Nachbar-Appellation südlich von Ladois. Schauen wir uns die Situation mal auf der Karte an. Wir gehen von Ladois nach Alos Corton. Hier sehen wir die Weinbergskarte von Alos Corton und was man gleich erkennt ist, dass der größte Teil der Weinberge sich hier am Corton-Grand-Grü-Hügel befindet. An der Ostflanke überwiegend Rotweine, hier im oberen Bereich jedoch auch Weißweine und hier an der Südflanke hauptsächlich Weißweine mit der berühmten Appellation Corton-Charlemagne. Der Weinberg, den wir jetzt gleich verkosten werden, befindet sich hier, Latop Martenot, quasi zu Füßen der Appellation Corton-Charlemagne. Alos Corton hat rötlich-braune Böden mit Feuerstein- und Kalksteingeröll. Diese Feuersteinkiesel, auch Cayot genannt, sind sehr, sehr typisch für diese Appellation. Im Norden werden die Weine hier etwas weicher, hier im Süden sind sie etwas straffer, etwas würziger strukturiert. Hier sehen wir ein sehr, sehr schönes Luftbild der Appellation, den Corton-Berg mit seiner Ostflanke, wo die großen Rotweine wachsen und hier den Corton-Charlemagne an der Südflanke. Hier befindet sich Chateau Corton-Cancy, ein sehr, sehr schönes Anwesen von Louis-la-Tour. Und der Weinberg, den wir verkosten, finden wir hier. Alox Corton verfügt über eine Rebfläche von 121 Hektar. Davon fast ausschließlich Rotwein. Es gibt einen ganz kleinen Anteil Weißwein. Ein berühmter Weißwein wird von der Domaine Comzenar erzeugt, der ausschließlich aus Grau-Bergund, aus Pinot-Bergund, erzeugt wird. Eine kleine Besonderheit und Seltenheit im Burgund. Es gibt 14 Bremier-Grüß und drei Grand-Grüß. Corton, Corton-Charlemagne und Le Charlemagne, wobei letzterer, wie bereits besprochen, eigentlich nicht mehr verwendet wird. Alox Corton 2017 von Marius Delage. Ganz interessanter, junger Winzer, einer der Top-Nachwuchsleute in Burgund, von dem wir sicherlich in nächster Zeit noch einiges hören werden, auch nachher noch ein paar Weine von ihm verkosten werden. Ja, und jetzt ist natürlich gleich ganz interessant, das Aromaprofil hat sich deutlich geändert im Vergleich zum vorigen Wein, obwohl wir wirklich nur ein paar hundert Meter, vielleicht zwei, drei Kilometer hinab in den Süden gegangen sind. Jetzt haben wir nichts mehr von diesen Waldbären, die wir vorhin hatten, die uns noch an die Cote Nui erinnert haben, sondern jetzt sind wir wirklich ganz, ganz typisch in der Cote Bon, sehr stark im steinfruchtigen Bereich. Als erstes kriegt man hier sehr schön diese Kirschnoten in diesem Wein, vielleicht auch Zwetschgen und Pflaumen. Dabei auch eine sehr, sehr schöne Würze, eine Erdigkeit, die ich gar nicht als Mineralität bezeichnen möchte, sondern tatsächlich eher als wirkliche Erdigkeit. Es riecht so ein bisschen wie nach nassem Waldboden im Herbst. Man bekommt so eine Note von Trüffel, von Pilzen, was sehr, sehr typisch ist. Aber dann auch so eine recht würzige, florale Kopfnote dazu. Vielleicht so ein bisschen was in Richtung Pfingstrose oder auch Heckenrose. Das macht das Ganze dann doch durchaus komplex in seinem Aroma. Aber hier kann man jetzt wirklich nicht mehr von Cote Nui sprechen. Hier haben wir ein ganz, ganz typisches Bouquet und Aromenspiel von einem Wein, der Cote de Bon. Und auch am Gaumen sofort etwas sehr, sehr Auffälliges. Diese doch würzige und herzhafte Struktur. Alox Corton ist berühmt für seine Tanninausstattung. Der Wein ist durchaus maskulin strukturiert von seinem Tannin. Nicht unangenehm, ist ein durchaus angenehmes Tannin. Aber man merkt, der Wein hat Rückgrat. Der Wein ist durchaus mit einer gewissen Straffheit aufgebaut. Und deshalb natürlich auch durchaus für eine gewisse Lagerdauer im Keller ausgestattet. Ausdrucksvolles Aroma auch am Gaumen. Hier jetzt sehr, sehr deutlich mit Betonung auf diesen Kirschen, die wir haben. Und zwar sowohl rote als auch dunkle Kirschen. Das ist eigentlich sehr, sehr typisch für diesen Wein. Man findet nicht nur diese dunklen Aromen, die wir vorhin gehabt haben, sondern tatsächlich auch rote und dunkle Aromen. Ich habe rote und dunkle Kirschen. Vor allem rote Pflaumen jetzt am Gaumen. Diese Erdigkeit ist jetzt am Gaumen gar nicht so sehr ausgeprägt. Die hat man eigentlich mehr in der Nase. Sicherlich ein Zeichen dafür, dass der Wein noch relativ jung ist. Das wird er auch am Gaumen mit den nächsten ein, zwei Jahren entwickeln. Durchaus vielschichtig, durchaus charaktervoll. Und hier zeigt sich tatsächlich schon ein bisschen die Verwandtschaft und die Nähe zum Cortonberg, der ja nur ein paar hundert Meter von diesem Weinberg entfernt beginnt. Wir sind ja zu Füßen des Cortons hier gelegen. Aufrecht, selbstbewusst, aber dennoch mit einer gewissen ländlichen Herzhaftigkeit. Und das ist sicherlich sehr, sehr typisch für diese Weine aus dieser Region der Côte de Bône. Wobei es sich wiederum ein Stückchen ändert, wenn man jetzt um den Berg herum geht, zur nächsten Appellation nach Pernod-Bergeleß. Da bleiben wir beim gleichen Winzer. Wiederum ein Wein von Marius Delage. Und ich zeige Ihnen mal, wo der wächst. Von Los Cortons bewegen wir uns jetzt also um den Berg herum nach Pernod-Bergeleß. Hier sehen wir die Weinbergskarte von Pernod-Bergeleß, den Corton-Hügel, der sich nun hier befindet. Und hier sehen wir dieses Tal, das hineingeht zum Ort Pernod-Bergeleß. Was jetzt auch sehr deutlich wird, ist, dass Pernod-Bergeleß am Zusammenfluss von zwei Seitentälern liegt. Zum einen dies, zum anderen jenes. Und das bedeutet, dass wir hier sehr schöne Kaltluftschneisen haben, wo die frische Luft von den Weinbergen und den Wäldern hier oben ins Tal hinabfließen. Der Name Bergeleß kommt übrigens tatsächlich davon, dass hier eine Straße nach Bergie hinauf geht. Der Name, der Wurzel, der Name liegt darin, an der Straße nach Bergie gelegen. Und Bergie war im 9. Jahrhundert ein bekannter Ort, weil dort das Kloster, die Abtei Saint-Vivant, angesiedelt war. Ein Tochterkloster von Cluny und Saint-Vivant ja für den Weinbau im Begrund von überragender Bedeutung insbesondere in Wohnromanie gewesen ist. Hier haben wir einen Teil des Cortons Chalmanie. Am südwestlichen Hang des Weinbergs, der ebenfalls zur Appellation Pernau-Bergeleß gehört. Die besten Rotweinladen befinden sich hier, Bergeleß und Ile de Bergeleß. Die guten Weißweinladen eher hier oben, wo sie von dieser kühlen Luftströmung profitieren. Wir blicken hier in dieses Tal von Pernau-Bergeleß hinein. Hier befindet sich der Cortons Charlemagne und hier hinten die beiden Seitentäler, die auf Pernau-Bergeleß zulaufen. Hier in der Front Le Bergeleß, die namensgebende Weinbergslage und oberhalb davon Ile de Bergeleß. Diese Straße führt dann nach Boden. Pernau-Bergeleß hat ca. 158 Hektar Rebfläche, davon 80 Hektar Rotwein und 78 Hektar Weißwein, also eine relativ ausgeglichene Fläche. Es gibt acht Premiergrüß und drei Grandgrüß. Cortons, Cortons Charlemagne und Le Charlemagne. Pernau-Bergeleß, also von Marius de L'Arche. Fällt jetzt schon auf beim Eingießen. Er ist vielleicht ein bisschen leichter in der Farbe als der Alos Cortons, den wir gerade hatten. Und dann dieser tolle, tolle Duft, das liebe ich so sehr bei Pernau-Bergeleß. Man riecht in diese Weine rein und hat sie sofort lieb. Man kriegt eine sehr, sehr schöne, attraktive Fruchtnuance mit roten Früchten jetzt hier. Blaue Früchte finde ich hier eigentlich gar nicht. Sehr, sehr viel, auch wiederum Kirschen hatte ich jetzt. Allerdings jetzt sicherlich eher im Süßkirschbereich, rote Süßkirschen, gar nicht so sehr im Sauerkirschbereich, alles ein bisschen charmanter. Vielleicht auch so eine Note von Erdbeeren, wirklich vollreife, süße Erdbeeren, süße Himbeeren finden wir dabei. Auch eine florale Note, nicht ganz so dominant wie beim Alos, auch nicht ganz so würzig, hier vielleicht so ein bisschen in Richtung Pfeilchen oder Pfingstrosen gehend. Insgesamt ein unglaublich attraktives Bouquet. Es ist immer typisch, wenn man guten Pernau-Bergeleß im Glas hat. Man riecht rein und hat eigentlich sofort Lust, einen Schluck davon zu nehmen, weil er so ein freundliches Antlitz bereits im Duft, bereits im Bouquet hat. Und auch am Gaumen setzt sich das fort. Sehr attraktive, präsente Fruchtigkeit. Vielleicht ein bisschen leichter, ein bisschen tänzerischer als beim Alos Corton. Nicht ganz so dieses ernsthaft, seriöse, würzige, sondern alles mit ein bisschen mehr Charme ausgestattet. Dennoch aber dezente Würze im Rückgrat. Der Wein ist nicht, man darf mich da nicht falsch verstehen, der Wein ist bei all seinem Charme keinesfalls seicht. Der Wein hat durchaus eine gewisse robuste Aromastruktur, aber alles ist irgendwie mit einem charmanten Lächeln hier versehen, mit einer sehr attraktiven, einladenden Art. Sehr typisch jetzt hier auch, und das ist der große Unterschied zum Alos, das Ternin ist deutlich runder, deutlich milder, deutlich femininer im Charakter. Während wir beim Alos das Tannin im Vordergrund hatten, ist es hier eigentlich eher ein bisschen die Säure, die den Wein belebt. Und das zeigt natürlich die Frische, die wir hier im Seitental, in diesem kühlen Seitental von Pernod-Bergeres haben, die sehr, sehr typisch für diese Appellation ist. Insbesondere auch im Finish zeigt sich das ein sehr, sehr schönes, präzises, feines, attraktives Säurespiel, was diese Weine sehr trinkig werden lässt. Die Weine haben eine sehr schöne Trinkgeschwindigkeit, sind unglaublich animierend im Trinkfluss und von daher natürlich gerade in der Gastronomie ideal geeignet. Pernod-Bergeres führen leider immer ein bisschen an Schattendateien, wie ich gesagt habe, durch die Lage in diesem Seitental, aber auch durch die etwas schwierig zu schreibende und zu aussprechende Appellationsnamen Pernod-Bergeres. Mit all diesen L und diesen S findet man häufig auch Schreibfehler auf den Weinkarten. Aber es lohnt sich, diesen Wein im Kopf zu haben und auch korrekt auf der Weinkarte zu schreiben. Damit zeigt man seine Kennerschaft. Eine andere Sache, die sehr typisch ist für Pernod-Bergeres, ist, dass wir hier sowohl gute Weißweine als auch gute Rotweine haben. Ich habe mich für dieses Seminar entschlossen, aus jeder Gemeinde, die sowohl Weißwein als auch Rotwein erzeugt, und es sind ja einige in der Kotebrun, jeweils die Weinfarbe zu nehmen, die für diese Weingemeinde bedeutender ist, sei es in der Anbaufläche oder qualitativ. Bei Pernod-Bergeres konnte ich mich leider nicht entscheiden, ob ich Weiß- oder Rotwein nehme, denn es ist, wie wir gerade gesehen haben, fast hälftig aufgeteilt von der Anbaufläche her. Und auch qualitativ stehen eigentlich beide auf gleichem Niveau. Und darum würde ich vorschlagen, schauen wir uns auch nochmal einen weißen Pernod-Bergeres vom selben Winzer an. Selber Jahrgang, Pernod-Bergeres in Weiß. Und da nehme ich jetzt ein anderes Glas. Für die Rotweine im Urgrund nehme ich sehr, sehr gern hier dieses Sensory-Glas von Zwiesel, das Conterno designt hat. Das ist sehr, sehr schön für Pinot Noir. Aber für etwas schlankere, frischere Weißweine ist eigentlich das Universalglas von Salto besser geeignet. Später die körperreicheren Weißweine werde ich auch im Sensory-Glas verkosten. Aber die etwas schlankeren, frischeren Weine kommen tatsächlich in diesem etwas schlankeren Glas von Salto besser zum Vorschein. Ja, wir haben hier ein sehr, sehr schönes, schlankes, aber reifes Aroma nach gelben Früchten. Gelbe und weiße Früchte. So ein bisschen vielleicht gelbe Mirabellen, gelbe Birnen. Allerdings alles nicht überladen, nicht überladen fruchtig, sondern es kommt sofort dazu, diese feine Rauchigkeit, diese feine Feuerstein-Note, die sehr, sehr schön typisch ist für diese Caillot-Steine, die wir im Mergelboden von diesen Lagen am Coton-Charmanie-Berg finden. Und tatsächlich, das ist natürlich das Stichwort, wenn ich so ein Bouquet habe mit diesen gelben Früchten, mit diesen Feuerstein-Noten, denke ich natürlich sofort an einen Coton-Charmanie. Ich meine, wenn man hineinriegt, es ist kein Coton-Charmanie, er hat nicht die Komplexität, er hat nicht die Tiefe, er hat nicht den Charakter, aber die Verwandtschaft zeigt sich schon sehr, sehr schön im Aroma. Er unterscheidet sich ganz deutlich von den anderen Weißweinen der Cote Bohnen, von den Mörsos, von den Chassanjes. Es ist eine ganz eigene Charakteristik, die man hier oben findet. Jetzt am Gaumen noch deutlich zitrusfruchtiger unterlegt. Aber auch hier wieder reife, gelbe Zitrusfrüchte, gar nicht so sehr, diese sehr säuerliche, vielleicht auch so ein bisschen kantierte Zitrusschalen, die man dabei findet. Und dann auch eine Note, die sehr, sehr typisch ist, so ein bisschen nach Akazienhonig, so eine leicht würzige Note nach hellem Akazienhonig. Und das ist etwas, was man hier sehr, sehr schön findet und was sich dann auch im Laufe der Zeit noch weiter intensiviert und dem Wein noch mehr Charakter und Vielschigkeit verleiht. Prägnante Mineralität am Gaumen. Man merkt es, eine geradezu salzige Art, die sich aber wiederum deutlich unterscheidet von der Mineralität, die wir dann später finden werden in Chassanje, in Pylenie. Es ist eher diese mergelige, feuersteinige Mineralität, die man hier sehr, sehr schön am Gaumen findet. Schlanke Rasse, trotzdem aber genug Konzentration am Gaumen. Schöne Länge hinten raus und dann eben diese typische Frische, die diese Weine aus dem Tal von Pernod-Bergeleß auszeichnet. Ich weiß nicht, was ich jetzt lieber trinken würde von diesen beiden Weinen, aber wahrscheinlich ist es wie immer, es geht nicht um entweder oder, sondern um sowohl als auch. Gut, damit verlassen wir den Cortonberg mit seinen Appellationen, die um ihn herum liegen und wir gehen in die Vororte der Stadt Bohn und wir machen weiter mit einem Wein aus der Appellation Chorelle Bohn und kommen wieder zu unserem Winzer Kasha Okitont zurück. Aus dem Tal von Pernod-Bergeleß kommen wir jetzt wieder zurück an die Cote und gehen nach Chorelle Bohn. Hier sehen wir, dass der Großteil der Weinberge von Chorelle Bohn östlich von der Route National gelegen ist, mit Ausnahme dieser Parzelle Le Bohn. Chorelle Bohn ist die einzige Appellation der Cote Bohn, die nicht über Hanglagen verfügt. Wir befinden uns hier ausschließlich im Flachland am Fuße der Hanglagen. Deshalb keine Prämiegrüß in dieser Region und eine Appellation, die zu den Jüngeren in Burgund zählt, erst 1970 eingerichtet. Aufgrund der Lage im Flachland haben wir hier eher tiefe Aluvialböden mit teilweise Erosionsmaterial von den darüber liegenden Hängen. Hier sieht man die Route National, die hier von Norden nach Süden läuft und hier in der Bildmitte die Weinberge von Chorelle Bohn, das sich hier unten befindet. Hier drüben war der Corton-Hang, an dem wir gerade die letzten Weine verkostet haben. Chorelle Bohn hat eine Rebfläche von 133 Hektar, davon 124 Hektar Rotweine und 19 Hektar Weisweine. Es gibt keine Prämiegrüß in dieser Appellation und selbstverständlich auch keine Grandgrüß. Gut, Chorelle, den Weißen machen wir jetzt mal weg. Chorelle Bohn ist jetzt ein 2018er. Tut aber nicht weh, weil Chorelle Bohn eine Appellation ist, die man grundsätzlich jung und frisch trinken sollte. Die Weine können durchaus ein paar Jahre reifen, fünf, sechs Jahre, aber älter sollten sie eigentlich nicht werden. Das sind Weine, die trinkt man jung und frisch. Wenn ich reinriege, dann will ich eigentlich gleich sagen, schön. Der Wein riecht gut, er riecht nicht sehr kompliziert, er macht einfach Freude, wenn man den ersten Duft in der Nase hat. Man braucht nicht lange analysieren, man hat eine sehr, sehr schöne Kirsch- und Erdbeerfrucht. Mineralität ist jetzt vielleicht nicht das ganz große Thema bei diesem Wein, auch diese florale Note hatte ich nicht jetzt im Vordergrund, aber man findet einfach eine unglaublich attraktive, geradlinige Frucht, die einfach Spaß macht, sobald man reinriecht. Dieses unkomplizierte Wesen eines Chorelle Bohns zeigt sich hier sehr, sehr deutlich. Er ist relativ ausdrucksvoll für einen Chorelle Bohn, verstehen Sie mich nicht falsch? Das ist kein kleiner Wein. Chorelle Bohnen können kleine Weine sein, aber wir haben hier einen Weinberg mit sehr, sehr alten Rebstöcken in dieser Appellation und deshalb haben wir, obwohl es eine Flachlage ist, doch einen sehr, sehr guten Aroma-Ausdruck bei diesem Wein. Am Gaumen wird er durchaus ein bisschen komplexer. Da kommt so eine kleine Note von Lakritze dazu, was diese präsente, runde Frucht durchaus fein unterstreicht. Was aber jetzt auch sehr, sehr typisch ist, ist diese unglaublich runde, seitig-samtige Arte dieser Wein. Das Tannin ist mild und gut eingebunden in den Wein. Die Säure, die wir gerade sehr deutlich spürten, dieses lebhaftes Säurespiel von Pernod Verschleis, findet man hier überhaupt nicht. Dieser Wein ist ganz, ganz mild und in sich unglaublich abgerundet und bereits jetzt als 18er sehr, sehr zugänglich. Das sind sicherlich keine Weine, über die man jetzt groß diskutiert, die man groß analysiert und immer wieder neue Aromen herausschnuppern möchte. Das sind einfach Weine, die gießt man ein, trinkt und hat Freude dran. Insbesondere natürlich gerade im Bistro-Bereich, aber auch im Bankett-Bereich sind diese Weine natürlich unglaublich erfolgreich, weil sie einfach schmecken. Man braucht nicht viel erklären, man braucht nicht viele Worte darüber verlieren. Sie schmecken einfach und sind unkompliziert. Und das Schöne dabei ist, sie sind relativ günstig. Schorele-Bohnen sind eigentlich immer Schnäppchen, die man auch für den täglichen Konsum anbieten kann. Rundes, harmonisches Finish, klassische Pinot Noir-Frucht, viel Charme, viel Zugänglichkeit, schmeckt. Was will man mehr? Wenn man mehr will, dann muss man natürlich in eine andere Appellation gehen und das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir nach Savigny-le-Bohnen gehen. Auch hier ein guter Vergleich, weil wir beim selben Winzer bleiben. Auch selben Jahrgang. Ein 2018er Savigny-le-Bohnen. Aus dem Flachland von Schorele-Bohnen geht es also wieder hinauf in den Hang hinein in das kleine Seitental von Savigny-le-Bohnen. Hier sehen wir dieses Seitental. Hier ist die Autobahn, die von Bohnen nach Paris führt. Und wir sehen dieses kleine Tal des Flüsschens Roin, das hier läuft. Und zu beiden Seiten dieses Flüsschens die Weinberge von Savigny-le-Bohnen. Wir haben hier unten am Hangfuß eher flachere Lagen. Hier oben werden sie deutlich steiler. In den unteren Lagen finden sich die Alluvialböden des Flüsschens Roin. In höheren Lagen entspricht dann die Geologie der des Corton-Berges. Richtung Perma-Verseles wird die Exposition deutlich südlicher, wie man hier erkennt. Und die Böden sind steinig mit vereinzelter Durchmischung von eisenhaltigem Bolid. In den tieferen Lagen hat man rötlich-braunen, tonigen Kalkboden. Und hier am Gegenhang mit östlicher Exposition ist der Kalkboden auch mit Sand durchmischt. Hier ist das Luftbild von diesem Tal. Man sieht die Autobahn, die sich hier nach Paris zieht. Und dieses kleine Tälchen des Flüsschens Roin und zu beiden Seiten die Weinberge. Savigny-le-Bohnen hat eine Rebfläche von rund 346 Hektar. Davon ca. 300 Hektar Rotwein und 45 Hektar Weißwein. Es gibt 22 Premiergrüß und keine Grandgrüß. Das ist jetzt ein Wein, auf den ich mich auch sehr gefreut habe. Denn Savigny ist eine dieser Appellationen, auf die man wirklich einen besonderen Blick richten sollte. Eine dieser Appellationen, die ein bisschen in einem Seitental abseits der Hauptrichtung der Kot liegen. Und die oftmals mit ganz besonderem Preis-Leistungs-Verhältnis sehr schön überraschen können. Da gehen die Ströme der Touristen ein bisschen dran vorbei. Und deshalb liegen sie ein bisschen im Schatten der bekannteren Appellationen. Und darum findet man hier oftmals wirklich tolle Weine zu relativ günstigem Geld. Savigny hatte früher eigentlich keinen so guten Ruf. Stand immer im Schatten des berühmten Nachbarn der Stadt Bohnen. Aber irgendwann hat sich das etabliert, dass dort einige wirklich gute Winzer Fuß gefasst haben. Und ganz interessante Weine gemacht haben, die dann manchmal sogar die Qualität eines guten Bohnens erreichen. Und manchmal sogar übersteigen können. Und deshalb lohnt es sich immer wieder mal in dieses kleine Dörfchen an der Autobahn einen Abstecher zu machen. Denn hier findet man wirklich sehr viele sehr interessante Sachen. Schauen wir mal, ob der dazugehört. Hier fällt mir jetzt auch schon wieder auf im Vergleich zum Chorelle-Bohnen, den wir vorhin hatten. Eine deutlich tiefere Farbe, eine deutlich blauere Farbe. Was ja eigentlich ein bisschen untypisch ist in Burgund. Dieses Purpurne, was wir hier dabei haben. Aber das zeigt, dass dieser Wein eine schöne saftige Dichte schon hat. Und dann, wenn man hier rein riecht. Savigny, wenn man Savigny verkostet. Das Erste, was man in der Nase hat, ist Sauerkirsch. Und zwar in einer sehr sehr attraktiven Wormsauerkirschen können ja auch sehr sehr herb sein. Hier haben wir wirklich eine sehr sehr attraktive Sauerkirschnote. Und das ist doch etwas, was man sehr sehr schön in diesen Weinen findet. Und was sehr sehr einladend wirkt. Vielleicht auch ein bisschen Johannisbeeren dabei. Rote und dunkle Johannisbeeren. Himbeeren, aber jetzt auch hier Himbeeren nicht diese süßlichen Himbeeren, diese gekochten Himbeeren. Sondern auch ein bisschen diese würzigeren, dunklen, schwarzen Himbeeren, die wir hier drin finden. Schöne, saftige, ausdrucksvolle Nase. Und genauso geht es weiter am Gaumen. Das erste Wort, was mir jetzt in den Sinn kommt, ist fleischig. Der Wein hat eine fleischige Textur mit sehr schön präsenter, ausdrucksvoller Sauerkirschfrucht. Tannin und Säure sind schön eingebunden. Braucht man sich jetzt nicht so große Gedanken drum zu machen. Der Wein ist gut strukturiert. Kann aber auch jetzt schon als relativ junger Wein sehr sehr gut getrunken werden. Weil Tannin und Säure hier nicht im Vordergrund stehen. Sondern dem Wein zwar Rückgrat geben, aber auch ein bisschen im Hintergrund bleiben. Es ist eine sehr schöne Saftigkeit. Ohne dass der Wein dann irgendwie plump oder zu schwer wirken würde. Es ist nicht die allergrößte Vielschichtigkeit jetzt am Gaumen. Sie ist sehr sehr deutlich geprägt. Die Aromastilistik von dieser Sauerkirschnote. Aber dabei ist es sehr sehr attraktiv. Und das weiß ich, diese Komplexität insbesondere am Gaumen wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren noch entwickeln. Da wird noch ein bisschen mehr dann dazu kommen. Vielleicht auch hier dann wieder so ein bisschen eine erdige Note, die dann das Aroma bereichert. Aber jetzt schon mit dieser saftig fleischigen, sehr sehr klaren Sauerkirschfrüchten natürlich eine sehr sehr attraktive Art, eine Pinot Noir zu genießen. Auch im Finish, man weiß eigentlich gar nicht, was zum Schluss abklingt. Ist es die Frucht, ist es die Säure oder ist es Tannin? Es klingt eigentlich alles sehr schön gemeinsam verwoben miteinander aus. Das macht den Wein natürlich auch jetzt schon, obwohl er doch noch sehr jung ist, zum sehr sehr attraktiven Begleiter. Insbesondere natürlich am Restauranttisch. Wie gesagt, schöne Alternative zu den großen Beinen von Bohnen. Kosten meistens deutlich weniger als die berühmten Namen von Bohnen. Können aber durchaus eine Qualität erreichen, die denen von den besten Lagen von Bohnen durchaus nahe kommen kann. Aber jetzt habe ich so viel von Bohnen erzählt, dann sollten wir natürlich auch jetzt nach Bohnen gehen, in dieses wirtschaftlich und kulturelle wichtigste Zentrum dieser Rheinregion. Ja, auch eine wunderschöne Stadt, die man dringend mal besucht haben sollte. Hospice de Bohnen kennt jeder. Die Altstadt von Bohnen ist wirklich sehenswert mit diesen berühmten großen Handelshäusern, die dort alle ihren Sitz haben. Und viele, viele gute Restaurants und Bistros. Also, Bohnen dringend mal besuchen. Nicht nur wegen den Weinen, sondern auch wegen der Schönheit des Städtchens. Ich zeige Ihnen mal, wo das Ganze liegt. Von Savigny führt uns unsere Weinreise in die Kapitale der Region nach Bohnen. Hier sehen wir diesen sehr, sehr schönen, homogenen Hang oberhalb der Stadt Bohnen, der über einige hervorragende Prämie-Grünlagen verfügt. Die leider manchmal ein bisschen im Schatten stehen, weil sie zum Großteil in Besitz der Negotions, der Handelshäuser der Stadt Bohnen sind. Nichtsdestotrotz finden sich hier wirklich einige hervorragende Terroirs. Insbesondere hier im Zentrum berühmte Lagen wie Gräf, Teuron oder Gras. Hier im Süden Claude Mouche, der ja für seinen Weißwein sehr, sehr berühmt ist. Wir finden in Bohnen Böden aus Olit und Rorassian Kalkstein hier im oberen Bereich des Hanges, auf die wir dann nachher noch im Detail eingehen werden. Der Hang selbst hat relativ tiefe Böden aus Arbovien-Merkel, teilweise durchmischt mit eisenhaltigem Oxforien-Kalk. Am Hangfuß wird es wie üblich in Burgund etwas toniger. Es gibt aber auch eine deutliche Unterscheidung zwischen Nord und Süd an diesem Hang. Im Zentrum sind die Weine am fruchtigsten, was eine sehr typische Charaktereigenschaft für die Weine von Bohnen ist. Hier zum Norden hin wird der Weinbergsboden etwas sandiger und deshalb die Weine etwas leichter. Hier im Süden werden die Weinberge etwas flacher, etwas tiefer und deshalb die Weine auch etwas fester im Charakter. Teilweise aber auch sehr, sehr gute Weißweinladen wie der berühmte Claude Mouche an dieser Stelle. Hier sehen wir jetzt ein sehr schönes Luftbild der Region von Norden nach Süden aufgenommen. Hier im Vordergrund die Autobahn, die wir gerade auch in Savigny gesehen haben und dann hier dieser schöne einheitliche Hang oberhalb der Stadt Bohnen. Bohnen hat eine Rebfläche von 420 Hektar, davon 363 Rotwein und 57 Hektar Weißweine. Es gibt 42 Premiergröße, aber keine Grandgröße. Verkosten wollen wir die Appellation Bohnen nun anhand eines 2017er Bohnen der Domaine Guillemot aus der Lage Longbois. Ein Weinberg, der ein bisschen höher am Hang liegt und die Domaine Guillemot, einer der Klassiker Burguns, insbesondere für die Weißweine bekannt. Die Domaine liegt in Chassagne, macht aber seit einigen Jahren auch sehr, sehr interessante Rotweine. Und insbesondere der Bohnen hier ist ein Geheimtipp. Wird heute von Thierry und Fabienne, den beiden Söhnen, geleitet. Zwei wirklich nette Kerle. Eine dieser Domaine, die eine lange Historie haben, aber mittlerweile auch von jungen Winzern betrieben wird. Und jetzt ist es interessant, wenn man diesen Wein, dieses Bouquet vergleicht mit dem, was wir vielleicht noch im Gedächtnis haben, mit dem Savigny, den wir vorher hatten. Mit der sehr, sehr saftigen, geradlinigen Sauerkirschfrucht. Dann wird das Ganze hier doch deutlich komplexer, deutlich transparenter im Aufbau, deutlich vielschichtiger, deutlich aufgespannter in seiner Aromenvielfalt. Sehr, sehr vielfältige Früchte, rote Früchte und schwarze Früchte. Ich habe rote Pflaumen. Ich habe rote Johannisbeeren. Auch so ein bisschen dunkle Maulbeeren dazu. Also so eine eher waldfruchtige Note, die dazukommt. Ein Anflug eingemachte Schlehen. Deutlich eine Mineralität, jetzt in der Nase riechbar. Und jetzt wirklich so eine kalkige Mineralität. Man riecht hier wirklich diese steinige Mineralität in diesem Wein. Auch hier wieder Kirschen, die wir dabei finden. Jetzt allerdings nicht diese charmante Kirschfrucht, sondern eher so ein bisschen eine würzige Kirschfrucht. Ich vergleiche das immer gern mit so Gewürzkirschen, so eingelegte Kirschen, die man sehr, sehr schön hier dabei findet. Und hier wird man nicht so gleich schlau aus diesem Pouquet. Hier kann man nicht wie beim Savigny reinriechen und sagen, ich habe die Sauerkirsche. Sondern hier muss man mehrmals reinriechen und sich das Pouquet Schicht für Schicht erschließen. Und es zeigt einfach diese größere Komplexität dieser Weine in Bohnen an. So eine ganz dezente Unterholznote. Hier geht es aber tatsächlich jetzt nicht um den Boden, sondern um das Unterholz. Ich rieche so ein bisschen vielleicht so ein altes Zigarrenkiste, so ein bisschen Humus, so ein bisschen Mahagoni-Holz, was da mit reinspielt. Was jetzt nicht, und es ist wichtig, vom Holzausbau kommt, vom Fass, sondern tatsächlich Noten sind, die der Boden hier mit einspielt. Transparent aufgefächert, wiederum am Gaumen. Der Wein hat angenehmes Volumen, aber er hat nicht wirklich Gewicht. Er hat keine Schwere am Gaumen, sondern er zeigt genau das, was große Rotweine in Burgund ausmachen. Aroma ohne jegliche Schwere ohne Gewicht. Der Wein hat Rückgrat, ohne dass es aufdringlich wäre. Er hat Charakter und Würze, ohne dass es zu herzhaft wäre. Also die klassische Eigenschaft eines großen Pinot Noirs in Burgund, nämlich die balancevollen allen Eigenschaften von Frucht, Körper, Würze, Rückgrat, Tannin und Säure, zeigt sich hier in exemplarischer Weise. Es ist dennoch merklich, ein Bohnen vom oberen Hang von Bohnen. Durch die eher feinere, leichtere, verspieltere Art werden die Weine weiter unten dann sicherlich oftmals eher ein bisschen dieses körperreiche, fülligere kriegen. Aber typisch für Bohnen ist einfach diese sehr, sehr komplexe Fruchtigkeit, die diese Weine sofort zeigen, wenn man hineinriecht. Auch im Nachhall schillert der Wein geradezu in seinen Aromen. Man weiß gar nicht so genau, was jetzt am Ende im Aroma stehen bleibt, weil es ändert sich jeden Moment, ein anderes Aroma kommt noch einmal hervor und tut diesen doch schönen Nachhall sehr, sehr interessant beleben und vitalisierend am Gaumen machen. Das sind jetzt sicherlich Weine, die man durchaus auch dann zu anspruchsvolleren, feineren und komplexeren Gerichten reichen kann. Nicht so intensiv, sollte man nicht machen bei diesem Wein, aber wirklich komplexe Hauptgänge der Sterneküche kann man durchaus mit so einem Wein wunderbar unterstreichen. Und das zeigt natürlich das Potenzial von Bohnen an, das, wie ich angedeutet habe, manchmal leider ein bisschen übersehen wird. Wenn wir aber in Bohnen sind, dann müssen wir jetzt zum Schluss noch zu einer ganz interessanten Appellation gehen, die ein bisschen verwirrend ist im Gefüge der Appellationen in Burgund an sich, nämlich die Appellation Côte de Bohnen und das muss ich Ihnen jetzt genau erklären, was es damit auf sich hat. Es ist es wichtig zu verstehen, dass die Appellation Côte de Bohnen nicht identisch ist mit der Region Côte de Bohnen. Tatsächlich ist Côte de Bohnen eine kommunale Appellation für die Weinberge am oberen Hang von Bohnen. Einige der bekannteren Namen hier sind Pierre Blanche, Tropissot, de Sûte de Marconet und Montsière, einen Weinberg, den wir jetzt gleich verkosten werden. Der untere Teil dieses Weinbergs, der hier leider noch nicht eingegrenzt ist, gehört zur Appellation Bohnen, der obere Teil tatsächlich zur Appellation Côte de Bohnen. Wir finden hier, wie bereits erwähnt, sehr mineralische, steinige, helle Kalkböden aus Olit und Horatien-Kalk und man merkt es bereits auch am Weinbergsnamen, denn wir hier sehen Pierre Blanche, also die weißen Steine, die weißen Felsen, die man hier oben findet. Hier sehen wir nochmal den Hang von Bohnen, hier im unteren Bereich die Appellation Bohnen und diese Weinberge hier oben direkt am Waldrand ist die Appellation Côte de Bohnen. Das ist Pierre Blanche, das hier ist Tropissot und hier in dieser kleinen Einschneisung befindet sich die Lage Mancière. Die Appellation Côte de Bohnen ist relativ klein, es sind nur knapp 30 Hektar, davon 15,5 Hektar Rotwein und 13,7 Hektar Weißwein. Es gibt keine Prämiegrüß. Es ist gar nicht so einfach, einen Wein für die Appellation Côte de Bohnen zu finden, denn diese Weine sind selten im Export zu finden. Es gibt ja auch nur relativ wenig davon. Ich habe Ihnen aber einen mitgebracht, einen weißen, nämlich einen 2017 Côte de Bohnen, der Domaine Le Chêne aus der Lage Monnière. Und diese Lage Monnière ist ganz interessant, weil der untere Teil von Monnière liegt in der Appellation Bohnen und der obere Teil liegt in der Appellation Côte de Bohnen. Auch hier wieder, nämlich das Universalglas, für diese etwas schlankeren Weißweine ist es eher geeignet. Farbe fällt schon auf. Es ist eine eher helle Farbe für einen weißen Burgunder. Es ist ein Strohgelb, ein helles Strohgelb mit sehr schönen kristallinen Reflektionen. Das zeigt schon an, dass diese Wein sicherlich jetzt nicht unbedingt das Körpermonster ist, sondern eher aus der eleganteren, frischeren Ecke kommt. Die Aromen allerdings sind überraschend reif. Wir haben sehr schöne reife gelbe Früchte, vielleicht auch so ein bisschen getrocknete gelbe Früchte, getrocknete Quitten. Auch junge Mirabellen, gelbe Mirabellen. Eine ganz dezente, leicht exotische Note, vielleicht so in Richtung Sternfrucht oder gelbe Mango. Wir haben so eine cremige, gelbe Zitrusnote. Lemon Curd wäre ein sehr schöner Begriff dafür. Also nicht dieses Säuerliches, sondern so ein bisschen wie eine Lemon Tarte im Aroma. Durchaus ein attraktiver Duft. Holz finde ich jetzt nicht so viel. Das ist sehr, sehr dezent. Der Wein hat offensichtlich kaum neues Holz gesehen, um diese doch schöne, klare, gelbe, präsente Frucht nicht zu sehr zu belasten. Und man riecht schon eine sehr schöne Frische in diesen Weinen. Wobei Frische ja oft auch assoziiert wird mit wenig Aroma oder zurückhaltend Aroma. Und das ist hier eigentlich nicht so der Fall. Das Aroma ist wirklich ausdrucksvoll. Ein schönes, saftiges, ausdrucksvolles Aroma, aber eben nicht ausladend, sondern fein begrenzt mit der schönen Frische schon in der Nase. Schauen wir mal, ob es auch im Gaumen sich so bestätigt. Also interessant. In der Attacke zunächst dicht verwoben. Ich kriege wieder dieses gelbe Aroma. Jetzt vielleicht eher so ein bisschen in Richtung gelbe Südfrüchte, auch gelbe Birnen. Dann aber sehr, sehr schön begrenzt mit einer mineralischen Säure. Das spürt man sehr, sehr deutlich. Und hinten aus ins Finish wird es dann doch noch ein bisschen lebhafter. Dann kommt wieder eher diese Zitrusfruchtige Note dazu. Aber wiederum nicht säuerliche Zitrusnoten, sondern so ein bisschen kandierte Zitrus. Vielleicht noch ein bisschen Sandelholz und Akazie. Das Finish wird dann doch durchaus komplex bereichert. Und wirkt sehr, sehr anregend, so ein schönes Aufspiel im Finish. Das ist einer dieser Weine. Man nimmt einen Schluck und hat eigentlich sofort anschließend wieder Lust, den nächsten Schluck zu nehmen. Also eine sehr, sehr gute Trinkigkeit und ein sehr, sehr schöner Trinkfluss bei diesen Weinen. Sicherlich ist es nicht der komplizierteste weiße Wein, den wir in Burgund finden können. Aber mit dieser Verbindung von durchaus konzentrierter Frucht bei gleichzeitig schlank begrenzter Art ein durchaus attraktiver Stil, was man hier finden kann. Und das ist natürlich sehr typisch für diese Weine von Cote Bon. Und man merkt die Verwandtschaft zu den großen Weißweinen von Bon durchaus an. Man merkt die Verwandtschaft zu Weinen wie einem Claude Mouche sicherlich an. Aber man spürt auch die Höhenlage und die zusätzliche Frische. Und dadurch hat der Wein einfach ein bisschen eine lebhaftere Art und nicht ganz diese Tiefe und Konzentration. Interessant, so etwas mal zu verkosten, zumal es ja auch nicht wirklich teuer ist, diese Weine hier oben. Wenn man sie mal findet, sollte man das durchaus mal probiert haben. Gut, damit haben wir unsere kleine Weinreise vom Cortonhügel bis nach Bon abgeschlossen. Wir werden jetzt die Weine, die wir verkostet haben, nochmal im Abspann detailliert auflisten. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dann zum nächsten Teil unserer kleinen Weinreise durch die Cote Bon wiedersehen, wenn es dann um den mittleren Teil südlich von Bon geht. Musik 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 Musik